Als ich kleiner war, natürlich, wenn man mitgekommen ist zum Einkaufen, hat man sich immer irgendwelche Sachen gesucht, keine Ahnung, Süßigkeiten oder irgendwas, was man haben wollte und hat einfach einen Einkaufswagen gelegt. Philipp wohnt ja schon seit einem Jahr alleine und weiß schon so ein bisschen, was er machen kann, wie man was zubereitet. Ich würde sagen, Philipp ist nicht unbedingt talentierter, aber ein bisschen engagierter als ich beim Kitchen Club. Ich glaube, da hat er einfach noch das Jahr mehr Erfahrung als ich. Ich wohne jetzt auch erst seit ein paar Monaten alleine bzw. mit meiner Schwester und er muss halt oder kommt schon seit über einem Jahr alleine sehr gut zurecht. Deswegen denke ich, dass er da einen kleinen Vorteil noch hat. Natürlich macht meine Schwester meistens das Essen, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass sie jeden Abend kocht sie für mich und sie geht einkaufen. Unser Kühlschrank ist nicht leer, der ist schon gut gefüllt. Ich hab das Auge, ich hab das Auge, 104. Ich glaube, dass das für uns auch sehr gut ist, um zu lernen, was wir selber essen können, was wir auch selber zureiten können und davon lernen und mir gefällt es auf jeden Fall. Digga, ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Meine Mutter hat schon auch immer darauf geachtet, dass ich nicht zu viel schlechtes Zeug esse, sag ich mal. Süßigkeiten sind auch nicht, also ab und zu mal, aber halt auch nicht wirklich viele. Woran merkt man, dass das fett heiß ist? Sprit. Sprit. Aber das sieht jetzt ganz schlecht aus. Ne, pass auf, wenn du das da jetzt so reinhältst, so, dann merkst du da unten, dass sich was tut. Tut sich aber nix, also ist noch nicht heiß genug. Kannst du noch einen Moment warten. Das macht so Bläschen, ne? Klar, man achtet darauf, was man isst, also nicht jeden Tag Pizza oder so, sondern auch mal einen Salat oder Nudeln ganz normal oder halt Gerichte, die einem schmecken, wo halt auch viel drin ist, was man gar nicht merkt, was gut für einen ist. Ich finde es witzig, besonders, weil man mit Spielern da dann auch isst, die man vielleicht nicht so häufig sieht. Ich glaube, dass ich zum Beispiel Noah Jain nicht jeden Tag sehe und jeden Tag mit ihm spreche und dass man sich so alle zwei Wochen oder jede Woche mal sieht und ein bisschen Spaß zusammen hat beim Kochen und auch einfach zu reden und sich mit ein bisschen auszutauschen, ist nochmal was Gutes, glaube ich, auch für die Jugend. Sehr gerne möchte ich auch backen, besonders in der Weihnachtszeit, Kekse machen oder keine Ahnung, also ich lasse einfach auf mich zukommen, was passiert, was es so für Gerichte gibt und hoffe, dass ich die dann selber irgendwann zubereiten kann.